Also erstmal, ich finde den Beat übelst nice. Der Beat ist sehr melanchonisch, melanchonisch, wie nennt man das, melanchonisch, irgendwie sowas. Klar, ich glaube, da sind wir uns einig, Chad. Gesangstechnisch hört sich an, als wäre es so sein erstes Mal. Ich glaube auch so vom Timing, also ich kenne mich mit Rap absolut nicht aus, ich werde jetzt wahrscheinlich auch übelste Scheiße hier erzählen. Aber es klang vom Timing her nicht ganz so tight, aber ich finde es unfassbar geil, der hört sich noch relativ jung an. Ich finde es halt ultra geil, dass so ein junger Typ sich sowas traut und sich Gedanken macht, so diese Gedanken und Gefühle, die er hat, auf Platz zu bringen und einfach durchzusehen und hochzuladen. Also auch wenn jetzt hier einige schreiben, schlecht oder lieber sein lassen, ich finde gerade nicht, dass die das sein lassen sollten. Weil der erste Rap von Knalltrauma war auch nicht dieses Nonplusultra, genauso wie von Highspeed. Das ist alles learn by doing so. Also ich bin mir sicher, dass die ersten Rap-Versuche, die werden sie vielleicht auch nicht hochgeladen haben, davon mal abgesehen. Aber ich finde es cool, dass er das gemacht hat. Ich finde den Text gut, ich finde die Gedanken cool, ich finde einige Rhyme ganz geil. Und ja, also ich finde da nichts veröffentlicht dran. Ich finde es korrekt, ich finde es geil, dass er der Szene sowas bietet und vor allem den Schritt einfach fangt. Ich fand es gut. BVP.